Also die Brainbags, die haben ein neues Lied geschrieben, weil sie lieben so sehr ihren Arbeitsplatz. Morgens im Spiegel schaut so'n Typ ihn hilflos an. Er tut ihm leid, wie man nur wie schrecklich aussehen kann. Und vielleicht hat er ne schwere Nacht, vielleicht aber auch schön. Und dann denkt er, Moment mal, den kenn ich doch, den hab ich schon gesehen. Und dann fällt er in sein Auto rein und fährt wie jeden Tag seinen Arbeitsplatz, den er so mag. Kraftlos streicht er über'n Flur zum Kaffeeautomand. Hofft, dass ein Erscheinungsbild vor Gesprächen ging gefahren. Die Blöde Kuh von nebenan ohne Quatsch, den treibt immer. Er sagt, ich hab so viel zu tun, dass ich jetzt nicht reden kann. Dann kommst er in den Drehstuhl rein, schaltet mit letzter Kraft den Rechner ein. In seinem Arbeitsplatz, den er so mag. Zehn Uhr dreißig, es ist Besprechung. Es gibt Kekse und Kaffee. Helden berichten von Heldentaten. Seine Ohren tun ihm weh. Flüchtet ins Traumland und begegnet. Desirien, Begnis, Eos. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann ist Paul in der Zeitung der Rentensicherungsbericht. Seine Regierung hat geschlossen, 65 reicht noch nicht. Oh, in seinen Drehstuhl funkt er dann noch zwei Jahre mehr. Ja, seinen Arbeitsplatz mag er so sehen. Die Zeitung der Rentensicherungsbericht ist in der Zeitung der Rentensicherungsbericht.